hallo ok und so leute was geht's hier ist ja Pappy, let's play and start wir spielen heute arena jetzt kommen erstmal Fortnite Videos habe ich gesagt Zug Simulator und das alles Zug Simulator habe ich irgendwie jetzt keine Lust also es kommt erstmal Fortnite Videos ich weiß ich hab die keinen Bock aber irgendwie muss die so auskommen woanders kann ich nichts tun und alles dann mit der die 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 mal gucken ich hab sieht man da unten 5000 5,11 K ich hatte natürlich auch den CraterCode Trimax dann in einem Shop, einfach einen Shop CraterCode und dann Trimax eingeben für den neuen Bettepass könnt ihr kaufen und dann freut sich Trimax um mehr Supporter ich hab noch keinen CraterCode, brauchen wir 1000 ich glaub zwar, ich glaub 1000 Abonnenten braucht man für den CraterCode was der Horde aber gibt dir irgendeinen ein ich hab auch bei alten Job auch Trimax eingegeben weil Trimax mag ich, ist mein bester YouTuber ich hab noch mal ich probier, ich hab mich mal einmal eine Runde mit ihm zu spielen frag ich den mal und dann in dem letzten Video aber ich hab noch mal Okay. Es ist gerade um 21.45 Uhr, seit spät abends. Jetzt sind die Schwitzern in der Arena. Jetzt sind die Schwitzern in der Arena. Jetzt kommt das erste Video zum Beispiel. Wenn Timic wirklich irgendwann eine Runde drin ist, dann... ... 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 Scheissdrecks Pushen die Wands Oh ich hab fast 300 Meter ausgebraucht. Geh rein. Hier sind noch ein Ergebnis. Was ist das denn scheiß? Ungefähr schwitzt kann man sein. Oh Mann, Alter. Ich hab ja auch so viele Kackteam. Wenn man alles zutritt, dann hab ich locker geholt. Wo wird aber der Linas Pfaff? Ja, das heißt dann beendet ich das Video jetzt hier. Ja, ich kann man eh jetzt nur platzieren. Das finde ich nicht geil. Inset. 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 Vielen Dank.